5, 4, 3, 2, 1 Acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzei Zitzen, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, siebzei Nächster Windtunnel kommt 3 4 2 2 3 4 5 5 Terafine und Senji Ach, Blizzard kann man da drüben aufsetzen, ja ja Warum können wir die Knöpfe hier drücken? Was machen die? Der Rest Jetzt kommen wir gleich Safe, sondern 5 Mitte Mittig Dieb kommt Nicht vom Boss stehen Stehen bleiben noch Okay 16.05 16.05 Beim Boss Nicht beim Boss stehen, geht am besten ein Stück zur Seite. Stehen bleiben noch, stehen bleiben. Dritte Minute, fängt an. Wir gehen nach den nächsten Flammen, nicht bei der Wand stehen jetzt. Flammen in 5 Nach den Flammen an der Wand jetzt. Kannst schon stellen. Gruppe 2, go. 3 4 Health Stones nicht vergessen, Heal Pots. Macht er jetzt. 3,50 ht, das bleibt. Ja. Ja. Flammen jetzt Achtung. Weg vom Spielfeld. Hinten. 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 Stehen bleiben noch, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Armeenreds auf dem Ausweichen jetzt vorne. Hinten. Safe spot. Hinten 2. Mittig. Lass da von Boss Cliff auf's und stehen bleiben noch. Gebt mal Seraphine auf. Ach ne, keine zwei Tanks Nächsten Flammen gleich in drei Zwei Sekunden Safe Squad Mit Dick Pass raus drin bitte Stehen bleiben Flammen kommen gleich Dann noch Safe Squad Wir sind bei 70% Energie Mittig Was wieder raus drin stehen bleiben noch Da ist ja Nick stehen geblieben Das war Absicht Und Illu noch raufheben Der Spott in drei Heute sind nur bis 10% Geil Der Key war ins Absicht Das ist für mich selbst Ich würde bis jetzt mit Kamerbüren überlegen Sometimes lucky Never lucky 5 3 4 4